Das gelangweilte Böse heißt euch herzlich willkommen zurück zu Dungeons 3. Gelangweilt bin ich, weil wir ja nach dem unerwarteten DLC das letzte Mal eigentlich doch alles Gute vernichtet haben und sehr gechillt Schnodderlinge verprügeln können. Aber sonst ist nicht viel zu tun. Aber dann kommt noch der letzte DLC. Famous Last Words. Schauen wir doch mal, was diese berühmten letzten Worte sein mögen. Zeigen, was man drauf hat. Sind da drüben wirklich noch ein paar Helden übrig? Das mit diesen verdammten DLCs hört ja wohl nie auf. Ja, ist gezeichnet. Gut. Da sind noch ein paar Helden. Die machen wir auch noch platt. Es endet nie, es endet nie. Schön wär's. Also ich könnte mir vorstellen, Dungeons 3. Warum hat das nicht zu... Ja, gerne. Jawohl. Nur einer. Mir ist fast schon langweilig geworden in meinem riesigen Thronsaal voller Gold. Ach, dich gibt es auch noch. Ich habe das Gefühl, meine Karriere tritt etwas auf der Stelle im Moment. Nichtsdestotrotz war dieses lächerliche Heldenlager natürlich gar kein Problem für das gnadenlose Böse, das bereits heimtückisch daran arbeitete, seinen voll ausgebauten Dungeon zu nutzen, um diese paar mickrigen Helden zu zerlegen. Ganz genau. Ein voll ausgebaute Dungeon. Gut, das könnte auch an diesen blöden Handschuhen liegen. Ich glaube, ich bin gegen Zwergenhaar allergisch. Was? Gegen Zwergenhaar? Moment, was hast du gleich wieder mit Grimlis Überresten gemacht? Ach, sag es mir besser nicht. Ich habe eben erst gefrühstückt. Und da wäre es schade drum. Gut, dann sage ich nichts dazu. Ich hülle den Mantel des zwergischen Bartes. Ich meine, schweigens darum. Ich sagte, ich will es nicht hören. Los jetzt. Kümmer dich um diese Helden. Wenigstens das kriegst du einigermaßen vernünftig hin. Ja, ja, könnten wir, könnten wir. Los, Kreaturen, macht euch bereit. Sehr gut. Wir vermöbeln sie und streuen ihnen Katzenhaare in die Augen. Also denen, die gegen Katzen allergisch sind. Sehr gut, weil dann können wir gleich mal automatische Wiederbelebungs... Ah, die brauchen mehr. Okay, dann brauchen wir auch mehr Kisten. Bitte. Oh, was ist das hier? Was ist das? Lootbox war das. Was ist das? In dieser Lootbox hatten sich ein paar frustrierte Helden versteckt, die nun den Dungeon angriffen. Oh, und gar nicht so leichte Helden. Aber wir haben sogar auch Magie. Also kann man... Oh, Thalia ist auch schon auf höchster Stufe. Okay. Ähm... Sprit, das war eigentlich ganz gut, was du machst. Und zu. Wobei... Ich glaube, es muss offen sein, sonst kriegst du keine Kisten. Wobei... Äh... Ich glaube, du hast jede Menge Kisten auf Lager, wenn ich das richtig so sehe. Du... Wobei, Mana... Wie sieht's damit aus? Brauchen die... Ah ja, Mana ist leer. Ne, Mana ist wieder voll. Hä? Funktioniert das? Fasziniert. Egal. Arbeite! Arbeite schneller! Wir müssen erst mal den Dungeon... Erst mal kümmern wir uns um den Dungeon und die Optimierung, weil... Es wäre zu leicht, einfach bloß ein Heldenlager vernichten und dann ist Ende. Warum haben wir zwei davon? Zwei brauchen wir, glaube ich, nicht. Stattdessen... Oh, riesiger Tempel und so. Was ist das? Hoppala. Ähm... Gurugurus. Gurugurus können wir mal hier erweitern. Mir gefällt das Design nicht gar... Der Braukessel. Einen automatischen Braukessel hätte ich gerne. Out. Selbstbrauen der Braukessel. Okay. Das ist gut. Brauerei. Mehr Stapel. Außerdem... Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Hm. Das sind auch alle stärker, kann das sein? Ich habe alle Zauber auch zur Verfügung. Ich drücke gerade die Tasten durch. Ich weiß nicht, was ich mache, aber... Ich mache Sachen. Oh, ich glaube... Moment. Hm. Hm. Seht mal her. Fallen haben wir auch. Gut. Gut. Dann machen wir doch mal ein paar Fallen. Ich sehe gerade, da haben wir auch diese Spezialfalle, die wir mal gesehen haben. Die da. Die da. Natürlich haben wir wieder Quetsche. Sehr gute Falle. Hm. Brauchen nur Leute, die das machen. In dieser Lootbox versteckte sich eine temporäre Angriffsverstärkung für die Kreaturen des angegriffenen Bösen. Eine Angriffsverstärkung. Äh, wir sollten vielleicht mal rausgehen und... Ja, genau. Wenn wir schon eine Angriffsverstärkung haben, bis auf... Wer soll da bleiben? Du bleibst da, um Fallen zu machen. Du bleibst da, um... Kisten umzwandeln. Der Rest darf raus. Hilfe! Dann gehen wir mal auf Kurs. Uh, keine Zeit. Eine lange, lange Nacht. Die Champagne endet. Wir haben nicht... Mass... Ah, ich habe noch nicht... Na, das müssen wir ändern. Oh, ich habe jede Menge Platz hier. Ich habe hier noch Plätze bei den Dämonen. Gut, 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 gut. Haben wir noch mehr Plätze? Nein, dann... Ich hätte gerne mehr Plätze bei den Dämonen. Wird das noch ein Schlafplatzraum für Dämonen? Und dann... Was haben wir für Truppen? Ah, Nagas fehlen zwei. Und der Rest sind... Imps. Wo die überhaupt... Mehr Geld? Danke. Und die müssen mit rauskommen. Die brauche ich draußen. Die müssen leveln. Die anderen sind sehr stark. Die sind schon Stufe 8, meine Truppen. Aber die noch nicht. Deswegen... Raus! Erkunden! Erobern! Noch mehr leveln! Oh je, die sind stark. Die leveln schnell damit. Das mit dem leveln kann schnell passieren dadurch. Jawohl. Da sind doch ein paar erste Level. Gut, gut, gut. Uh, eklig. Naja, dann kämpfen wir gegen zwei. Was ist das? Äh, was ist das? Frostbombe. Pfeile. Hauen wir das Mana einfach raus. Wir haben genügend. Ich weiß gar nicht, wo das Mana überhaupt nichts lagert. Aber wir haben jede Menge davon. Das ist jetzt unglücklich, dass sie sich so aufgesplittert haben. Oh, da hat's jemand rüber... Die Meisterweißläuferin weit geflogen. Sehr schön. Eine Quelle ist Bösen eingenommen. Naja, das lief doch ganz gut. Hier sind Gegner. Dann gehen wir doch mal von der Seite. Da, da. Ja, ist gefährlich. Wenn ich von der anderen Seite käme, könnten sie beide getriggert werden. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir vermeiden. Dann gehen wir mal da lang. In der Zwischenzeit. Was läuft hier unten? Läuft hier unten irgendwas? Ja, mehr Kisten produzieren bitte. Was ist... Ah ja, genau. Die Kiste. Das müsste auch verbessert werden. Theoretisch. Der ist jetzt schon automatisch. Ah ja. Ich brauche mehr Kisten. Sehr gut. Können wir gleich einen automatischen hinmachen. Goldtechnisch, die müssen bloß an zwei Orten sammeln. eigentlich. So. Bumm. Umhauen. Frost reinhauen. Pfeile reinhauen. Was macht das? Was macht meine irgendwie stärker oder besser? Oder immun sogar? Vielleicht. Irgendwie schützelt. Mehr auf. Einmal mal alle Tasten ausprobieren und schauen, was passiert. Das war gut. Direkt weitermachen. Die Heldin werden ausgelöscht. Ausgelöscht. Ja, schon Stufe 4 und 5. Das Leveln 5, ja. Das Leveln geht super schnell. Die nächsten direkt. Da war ich zu langsam. Äh, ne, die Taste, die Taste, die Taste. Der Vampir. Er leidet. Der Vampir ist tot. Ja, die untoten Vampire sind jetzt nicht so gut. Finde ich zumindest. Das war erfolgreich. Meine Tanks leben alle noch. Der Goblin ist gar nicht mitgekommen. Stimmt ja. Der Goblin soll fleißig Fallen produzieren. Und macht er auch. Sehr gut. Oh, wir müssen auch die Fallen verbessern. Spinnen haben sich irgendwo im Untergrund weiter ausgebreitet. Äh, eklig. Aus einem aus Versehen angegrabten Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Okay, die Spinnen. Die Spinnen wollen sich hier gerade ausbreiten, wie es scheint. Ach, du Schande. Das ist jetzt ein bisschen hässlich gerade. Ach so, eine Tür. Ich wollte gerade fragen, da ist eine Falle. Okay, das ist ein harter Kampf. Die Spinnen sind aber auch brutal. Habe ich eigentlich meine Imps schon, äh, meine Schnorlinge? Nein, noch nicht hier in der Leck. Und auch noch nicht am Teleportieren. Habe ich eure Rüstung? Eure Rüstung ist schon hoch. Die können abgegradet werden. Die sind nicht schlecht. So, so viel zu spinnen. Na gut. Wir könnten eigentlich mal nach Diamanten oder sowas suchen. Und hier machen wir mal zu. Das will ja keiner hier sehen. Ähm. Ah ja, da haben wir doch schon mal Gold. Das sieht doch immer an. Na, ein Goldlager. Ist doch schön. Die müssen eigentlich wieder raus, wenn hier zugemacht wird. Die müssen da wieder rausgehen. Die Untoten heilen sich. Okay, dann eine Loosebox. Wo? Ah ja, schön. Das ist doch fein. Eine temporäre Angriffsverstärkung. Ähm. Warum ich nicht direkt das Ziel angehe? Ich erwarte eigentlich von einem letzten DLC mehr als dieses Ziel. Ich erwarte einen Plot-Twist, so in etwa. Also irgendwas wird passieren, wenn ich dieses Ziel angreife oder wenn ich dieses Ziel kaputt mache. Deswegen lassen wir es doch ruhig angehen. Eigentlich will ich doch wissen, ob hier in der Ecke noch mehr ist. Ja. Mehr Gold zischen. Noch mehr Goldplätze. Mehr... Das haben wir schon gemaxt. Da mehr... Plätze zum Erforschen. Mehr Bierplatz. Damit wir keine Probleme damit haben. Mehr Gurugus. Haben wir auch keinen Platz mit Probleme damit. Ähm. Hm. Was sind so Forschungen, die nützlich sind? Boah. Volles Leben können wir uns auch gönnen. Wir haben ja alles. Okay, ist nichts. Ist gar nichts. Okay, dann... Hier drüben könnte sich was verstecken. Gegner sind anscheinend auch nicht aktiv. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh. Das... Das sieht verdächtig aus. Das sieht sehr verdächtig aus. Na dann. Auf geht's. Gold. Alles klar. Hier hinten ist nichts. Eine weitere Lootbox. Wunderbaren Lootbox war etwas Gold für das goldige Böse zu finden. Mhm. Gold nimmt das goldige Böse gerne an. Ah ja. Magische Kisten sind jede Menge fertig. Das ist zähl. Ein alter Wachraum mit Helden wurde angegraben. Ah, perfekt. Also, ja, ist nervig, aber... Aha. Aua. Warum... Warum werden die Spinnen nicht getriggert? Gegen die Stärke der Gegner. Uff. Aber das Schöne ist, wir wissen jetzt hier... ...ist eine unendliche Goldquille. Das machen wir auch ein bisschen anders. Wir werden da einfach so einen Pfad erschaffen. Dann können wir hier zumachen. Nicht, dass die Gegner zu uns kommen. Und unser Gold klauen. In Werkzeugkisten... Mittlerweile weiß ich sie sehr zu schätzen, dass sie da an den Wänden manchmal drin sind. Deswegen her damit. Ja, unendliche Goldquelle. Und die ist auch noch aus allen vier Seiten abtragbar. Hervorragend, hervorragend. Ach, ja. Genießen wir die letzten... Ich glaube, drei Missionen sind es wieder. Die letzten drei Missionen genießen wir einfach. Hoffentlich. Hängt natürlich auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Aber bisher geht's. Bisher ist es sehr angenehm. Ja, schon wieder ein Heldenportal. In dieser Lootbox hatten sich ein paar frustrierte Helden versteckt, die nun den Dungeon angriffen. Alle weg. Zum Glück. So. Das war gut. Ausgesprochen gut. Was fehlt mir? Mir fehlt eigentlich eine... Ein Trainingsort. Allerdings wofür? Äh, wir haben 20 Helden. Wir haben unendlich Gold. Wir haben unendlich Bösartigkeit. Wir haben... Bier in einer ordentlichen Menge, würde ich mal fast behaupten. Wobei, wir können das noch mal... Wir können das Bier sogar noch mal verbessern. Indem wir einfach noch mehr Bier haben. Wird ja automatisch produziert. Wir sorgen einfach dafür, dass wir alles zur Verfügung haben. So lange alles... Das absolute Böse hatte einen verschütteten Raum mit ein paar Helden entdeckt. Hoppla! Mana Schilde! Schande! Bisschen stark! Der steht nicht mehr auf. Mess Verlangsam... Vernichtet langsam euer Mana. Buh... Diese ekligen Räume überall. Ich muss hier echt aufpassen, was ich hier mache. Diese Schönheitskorrekturen. Ich möchte keine so einfach Ecken in meinem Dungeon haben. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. So. Bier ist in Massen vorhanden. Dann, vielleicht gibt es hier noch eine Quelle von irgendwas. Einfach mal schauen. Es geht zumindest in irgendeine Richtung darüber. Irgendwie die Lootboxen sind schlecht. Will das Spiel mir lehrreich beibringen? Lootboxen? Schlecht? Ist dieses Spiel eigentlich verboten? In, ich glaube, Niederlande oder Belgien oder sowas? Gibt es da nicht ein Lootboxenverbot? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh, dort hinten kann ich wieder zumachen. Da ist nichts Interessantes. Okay. Und hier ist bisher auch nichts Interessantes. Ähm. Ach, du Schande. Großes Gebiet dort hinten. Sehr großes Gebiet. Äh. Neugierig ich bin. Deswegen schauen wir uns da um. Ähm. Hier hinten war ich ja schon. Ähm. Gibt es noch Gerätschaften, die ich verbessern kann? Haben wir... Direktoren haben versehentlich ein Drachennest ausgebuddelt. Hilfe! Gleich voll rein, voll hemmen. Alles reinballern. Und ein Schutzschild auf euch. Nicht, dass die Drachen sich noch ausbreiten oder sowas. Ähm. Hier ist... Gut. Das magische Böse hatte in dieser Lootbox etwas Mana gefunden. Hm. Äh. Apropos Mana. Wo... Wir haben mehr Mana hier, als wir lagern können. Das gefällt mir halt mal gar nicht. Deswegen erweitern wir mal diesen Ort, wo wir Mana... lagern können dann. Und... noch dazu... Wir verbessern das zu einem Vier... Vierer Ort, wo vier Leute sammeln können. Haben wir noch einen anderen Ort, wo Mana ist? Äh. Nicht, dass ich sehen könnte. Das muss irgendwo so... einfach so rumliegen. Oben haben die Schneiderlinge anscheinend nichts gefunden. Oben in der Ecke. Interesting, interesting. Das nichts. Tatsächlich, das nichts. Gibt es irgendwelche interessanten Raumkonstruktionen? Noch nicht. Hier ist einfach nur ganz normale Wand, wie es aussieht. Auf der anderen Seite. Hier sieht es auch jetzt nicht besonders aus. Also irgendwie so eine Ecke-Kante, die irgendwo hinführt. Nee. Ja gut. Das ist ja... sehr legitim. Das auch, weil nichts oder es entspannter ist dort hinten. Dann können wir hier wieder zumachen. Das ist ja dann so. Gold haben wir massenweise. Wir haben eine unendliche Goldquelle dementsprechend des Pastiales. Erforschen. Können wir Sachen erforschen? Bestimmt können wir Sachen erforschen. Ah, der ist Dungeonherz zum Beispiel. Das ist doch nicht stark genug. Das könnte man auch pushen. Zu neuen Limits. Außerdem könnten wir den Platz erhören. Für mehr Forschung. Dann können wir alles erforschen, theoretisch. Ja, jetzt können die Mana sammeln. Tatsächlich. Nee, verbesserte Mana-Kapazitäten. Wir haben noch nicht das Maximal. Ganz ehrlich, ich hätte gerne... Ich fand es jetzt gut, dass ich so riesige Mengen Mana habe. Ich hätte gerne mehr so riesige Mengen Mana. Diese Lootbox offenbarte ein paar bösartige Monster, die den Dungeon unsicher machen. Ich öffne diese Lootbox in der Hoffnung, dass da irgendwas cooles noch kommt. Bisher bin ich aber eher enttäuscht. ein bösartiges Gimmick ist es bisher. hier. So. Ah ja, dort unten habe ich... Doch. Was ist das? Das sind Kisten, oder? So sieht's Kisten aus. So sehen Kisten aus. Das ist sehr angenehm, wenn mal nichts passiert. Also kein Gegner angreift. Naja, nichts passiert ist jetzt falsch gesagt, weil es passiert vom Vermeingeschmack echt viel. Weil hier viel Zeug ist. Ich helfe mal, sonst wird das ja nichts. Da rein. Das ist die Hauptschatzkammer. In der ist Platz für viel Gold. Nicht viel... Nicht so viel, wie ich erwartet habe, weil wir es noch mal upgraden können. Dann ist da viel Gold Platz. Ja. Gut, und hier kommt noch Mana. Mehr Mana. Mehr Mana. Mana, 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 Mana. Dann ist auch sehr viel zum Lagern von Mana zur Verfügung. Ja. Ja. Gib mir mal Mana, 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 Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Man kann nie genug Mana haben, glaube ich. So, schön. Das war das. Ja, genau. Die ausbreitenden Spinnen haben wir ja schon besiegt. Das ist auch wichtig gewesen, dass wir das haben. Ähm. Fehlt noch irgendwas? Fragezeichen. Irgendwas, was noch automatisiert werden sollte oder so. Ähm. Vielleicht mehr Fallen. Mehr Fallen ist nicht verkehrt, glaube ich. Besonders, besonders da sie ja ziemlich starke Helden im Moment sind. Können wir auf jeden Fall mehr Fallen gebrauchen. Naja. Die müssen erst mal gemacht werden, diese Fallen. Jetzt können wir auch wieder zuschütten, weil hier brauchen wir eigentlich nicht den Raum. Stört einfach nur. Warum ist hier eigentlich keine Tür? Sonst sind nahezu überall Türen, aber da ist keine. Hier fehlen überall generell mal Türen. Also, wenn wir schon hier magische Tresortoren, sehr stabile, mit hoher Lebensanlage sich aus und kämpfen, langsam bringen, braucht lange, um sich zu öffnen. Gut für Effizienz. Achso. Gut für die Effizienz von Räumen. Die sich sehr schnell... Ach, nach einer Zerstörung kommt sie automatisch wieder. Das ist doch schön. Ganz nett. Schau doch mal, das ist doch ganz witzig. Kann man alles hier zumachen? Mit diesen magischen Türen. Das haben wir nie gemacht, eigentlich. Äh, brauche ich dort hinten was? Ja, doch. Da ist ein Schlafplatz. Hier machen wir zu. Wir machen überall Türen. Was soll der Geiz? Ganz nach dem Prinzip, was soll der Geiz? Und auch noch die coolen, teuren, magischen Türen noch dazu. Ah, ja, da. Lektorium. Ein bisschen erweitern, bitte. Geil. Oh, da bin ich ganz wuschig. Ja, wisst ihr was? Ah, jetzt habe ich das alle dazu gebaut. Eigentlich... Ja gut, das kann ich auch hier machen eigentlich. Was noch fehlt, ist halt eine... eine schöne, chillige Kampfarena. Halt. Äh, das brauche ich nicht. Das sind neun, oder? Ja. Können wir uns sogar noch mehr rein. Ein alter Wachraum mit Helden wurde angegraben. Ja gut, dass wir das machen. Dann können wir uns gleich um den ganzen Schlottereratziek kümmern. Wie geht das? Gibt es ein Tentakel? Äh, Tentakel? was wie Tentakel? Tentakel! Was macht der Tentakel jetzt? Heldenportale nach Valhalla, weg mit dem Zeug. Gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Was mache ich mit diesem Tentakel? Moment. Ich habe kein Gefängnis, kann das sein? Oh, tatsächlich. Ich habe kein Gefängnis. Schwach. Äußerst schwach. Und ich habe auch keine Folterkammer. Äußerst schwach. Moment, ich habe glaube ich auch kein Sukkubus. Doch, ich habe Sukkubus. Zwei sogar. Ähm... Platz für Sukkubus. Holter... Ja, hier. Doch, eigentlich. Ich wundere mich, dass die Helden da verrotten. Das ist doch zu schade um sie. Sie könnten doch eigentlich doch... Diesen Wurm wurde im Dungeon gesichtet. Ah, diesen Wurm ist lästig. Wo? Nein, da nicht. Da. Den machen wir mal gleich weg. Und dann machen wir ihn weg, wenn er woanders kommt. So, wo ist er rausgekommen? Da? Ja, da. Er will Hühnchen. Sehr schön. Naja. Ähm... Wir brauchen natürlich auch hier die Erforschung. Besseres Überzeugen. Mehr Helden. Schnellere. Überzeugen. Dann müssen die auch noch weiterentwickelt werden. Geil. Moment. Ich müsste jetzt auch genügend Platz haben. Dann können wir das auch weiterentwickelt. Bäm. Das haben wir schon, Max. Äh... Mehr Guss. Bauen wir eigentlich nicht. Zauber habe ich ja schon alles, ja. Und... Fallen habe ich auch schon alles. Das habe ich noch nicht. Ah, okay. Und dann haben wir ja schon alles aufgebraucht. Sehr gut. Okay. Pustekuchen. Voll ausgebauter Dungeon. Hallo, Erzähler. Was erzählst du für ein Schrott? Das war nicht voll. Da fehlten ja noch wichtige... Orte. Die sind halt überall noch gegnern. Diese Lootbox offenbarte ein paar bösartige Monster, die den Dungeon unsicher machten. Ja, wobei. Die Lootboxen können auch Helden bringen. Deswegen ist das nicht schlecht. Jetzt brauche ich nämlich Helden, die dich dann bekehren kann. Also von daher hätte ich jetzt gerne mehr Lootboxen, die Helden bringen. Weil die Helden kommen nicht zu mir. Das sieht so komisch aus auf der Map. Wie ein Wurm, der sich durchgeschlängelt hat. Oh, da ist noch mehr Gold. Brauchen wir aber nicht mehr. Wir haben ja hier unsere unendliche Quelle. Arbeitseffizient ist es immer, wenn wir ein bisschen von dem Gold da wegtun, weil dann müssen die Schnorlinge nicht so weit weglaufen. Mit dem Gold. So, ähm, ach ja, eine Tür. Tür, 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 Tür. Hier eine Tür. Habe ich, wollte ich jetzt noch machen. Oh, Tresortür. Hm, beim Gefängnis eigentlich auch. Die sollen nicht so schnell raus. Also ist egal, dass sie langsam aufgeht. Sehr gut. Sehr gut. Hm, Lootboxen. Ich hätte gerne mehr Lootboxen. Jetzt müsste ich aber alles haben. Alles gebaut. Ja gut, das war eigentlich unnötig zu bauen, weil die sind ja alle recht stark. Hm, Fallen werden noch gebaut? Okay, also wir gehen jetzt wieder raus und machen jetzt mal weiter. Der muss da bleiben. Der soll Fallen weiterbauen. Es gibt, glaube ich, bloß, genau da gibt es bloß diesen Ort. Zum Fallen. Jawohl, du willst Fallen, Banz. So ist es richtig. Da gibt es einiges zu tun. Dann, hm, ich hätte gerne einen Untoten zurückgelassen, der sich um... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das da kümmert. Hm, das ist gut. Oh, Moment. Ich sehe gerade, da müssen wir auch noch was machen. Und ich hätte gerne einen Imp zurückgelassen. Ja, der sich um Mana kümmert. Hauptsächlich. Der Rest darf raus. Ah, wobei, eine Lootbox? In dieser Lootbox fand das rennwütige Böse eine temporäre Bewegungsgeschwindigkeitsverstärkung für seine Kreaturen. Ich habe gehofft, dass da noch ein paar Helden drin sind. Ähm... Jetzt... Irgendwas habe ich gerade noch vergessen zu machen. Ähm, Fallen und Türen werden gebaut. Das ist schön, das ist gut. Ah, das... Ah, schockgefrostes Schatztum. Ach, das sind sogar auch Fallen auf dem Gang. Das habe ich gar nicht bemerkt. Cool. Hm. Hm. Aber das schon? Ja, noch mehr Leben. Dann würde ich sagen... Ja, wir können halt jetzt auch noch die verstärken. Generell. Das schadet halt nicht. Dass wir einfach grundsätzlich stärker werden. Um zu schauen, was als letztes passiert. Was sehen wir hier? Wir sehen hier etwas. Wir haben hier aber noch eine Quelle. Was ist dort unten? Ist auch noch eine Quelle. Dann haben wir hier... Wege, die noch nicht freigeschaltet sind. Wege, auf die ich nicht drüberkomme. Und was sind wir hier? Haben wir irgendwie... Wie ein Pool oder sowas. Meer? Ein See? Sieht auf der Map anders aus, ehrlich gesagt. Hm. Okay. Ich war... Ja, das war von vornherein klar. Ich erwarte einen Plottwist. Ich erwarte irgendwas Schlimmes. Es sind nämlich noch drei Missionen. Oh, ich habe ja ein Portal. Da muss noch was passieren eigentlich. Das geht nicht anders. So, dann... Natürlich erst, wenn wir ihnen die Schuhe ausgezogen haben. Ha, ha, ha! Ja, brutal. Ähm, bevor wir das da zerstören, werden wir erstmal die Lage holen. Ich weiß nämlich nicht, was mich erwartet. Und ich erwarte, dass mich was erwartet. Also von daher müssen wir was erwarten. Ihr wisst, was ich erwarte, nicht wahr? Okay. Dann sind wir alle auf dem selben Level. Der verwirrt halt. Ich glaube, diese vier Zauber, die ich immer auf einmal spamme, sind recht praktisch. Kanoniere sind stark. Was sich in dieser Lootbox versteckt? Hm, sagen wir eine zufällige Einheit? Warte, ich muss kurz etwas würfeln. Ah ja, viel Spaß damit. Ah, Mist, durchs Portal wäre schneller gewesen, aber gut. Miesti, eine weitere Banshee. Aber die kostet ja keine Einheiten-Limit. Also von daher passt das schon. Nehme ich gerne an. Kann ich meine Truppen noch mehr verstärken? Ja, mit höheren haben wir Abklingzeitverringerung. Okay, okay, jetzt fehlt Bösartigkeit. Meine Truppen generell zu verstärken war jetzt nicht die klügste Wahl, weil jetzt fehlt Stuff. Jetzt fehlt ein bisschen vom Stuff. Heilung verstärken wäre nicht schlecht. Oh, ich hätte gerne noch mehr Helden im Untergrund. Ich weiß nicht, ob noch mehr Heldenlager im Untergrund sind. Man könnte natürlich alles durchbuddeln und suchen, aber halt. Genau, da sind noch Gegner. Kümmert euch lieber um die anstatt um das Lager. Das Lager kann man danach im Anschluss immer noch. Jawohl, die Banshee hat ein Level gemacht. Das ist jetzt noch nicht die Welt, aber das ist nicht schlecht. Ah, eklig. Genau. Sehr viele... Sehr viele Kanoniere. Und alle geplättet. Die Banshee ist jetzt Stufe 3 schon. Das magische Böse hatte in dieser Lootbox etwas Mana gefunden. Eine Lootbox voller Mana. Naja, gibt auch Schlimmeres. Okay, wir haben alles geschafft, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Ah, das Gold ist aufgebraucht. Vielleicht wollen wir doch ein bisschen mehr Gold, man weiß ja nie. Hier könnten halt überall noch Helden sein. Da könnten auch sich noch Gegner verstecken. Naja, die Chancen werden geringer. Habe ich schon viel abgegraben. Okay, eine weitere Goldquelle. Das ist doch schon nicht schlecht. So, dann... Irgendwann müssen wir sowieso unser Schicksal akzeptieren. Halt. Die Banshee... Die Untoten. Was soll ich tun? Generell können die Untoten mal wieder zurückgehen. Der Zombie kann zurück. Dann... Die Banshees können zurück. Der Grabgolem sieht okay aus, aber er kann auch zurück. Befehligt mich. Einfach, die können heilen. In dieser Lootbox waren ein paar besonders böse Helden, die sich sofort dem heldenhaften Bösen anschließen. Nein! Oh! Aber ja, okay, gut, aber... Ja, hab jetzt mehr erwartet. Ähm... Die... Der... Und wo ist das? Der andere. Geht gleich mal trainieren. Aber ihr seid zu schwach, so wie ihr gerade seid. Zählt der eigentlich als Horden-Kreator? Ja, scheinbar, weil die... Ah, ne, doch, ne, die kosten Gold. Okay, die müssen trainieren, weil die sind ein bisschen schwach. Aber okay. Ah ja, okay. Zusätzlich noch. Hier. Und das. Sehr schön. Oh ja, wir haben ja... Wir haben ja jetzt richtig viel wieder. Das haben wir schon alles verbessert. Dich haben wir die Nageheilung. Nageheilung. Heilrate. Holen wir auch Reichweite? Ja, komm. Wenn wir schon dabei sind. Wir pimpen unsere Kreaturen richtig in dieser finalen Kampagne. Wann haben wir das schon mal gehabt, dass wir alles machen konnten? Ich glaube, noch nicht so häufig. So, zerstört das und dann schauen wir mal, was passiert. Ihr habt einen Außenposten erobert. Das Lager der Helden war vernichtet worden. Das absurde Böse hatte gesiegt. Abermals. Scheinbar schien ihm das nicht langweilig zu werden. Nun ja, was soll's, ist ja dein Bier. Zumindest hast du die Helden da vermöbelt. Alles klar. Das sollten die letzten gewesen sein. Ich denke, wir können dann jetzt hier Schluss machen, oder? DLC abgeschlossen. Wunderbare Sache. Ende. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann war's halt das. Moment, Moment. So geht das nicht. Wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, dann wurden den Spielern da draußen ein neuer DLC mit drei Missionen versprochen. Nebst epischem Endkampf und so weiter. Tja, Marketingblabla, du kennst das doch. Mal ehrlich, als ob die Jungs von Realmforge die ersten wären, die ihre Spieler abziehen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie jetzt noch Lootboxen oder sowas einbauen und morgen den ganzen Laden an Electronic Farts oder Lazy Vision verkaufen, oder wie die gleich wieder heißen. Ne, ne, ne. Kein Spiel, in dem ich mitspiele, soll sich als Abzocke herausstellen. Ich bin zwar ein böser Charakter, aber das geht ja mal gar nicht. Los, du fauler Erzähler! Mach deinen Job und erzähl irgendwas! Riesige Drachen, explodierende Kühe, wurmstichige Äpfel, na komm schon! Dafür wirst du Type doch bezahlt! Vermutlich deutlich überbezahlt, möchte ich sagen. Was, du warst es? Na warte, das kannst du haben. Eine große Gefahr gab es noch im Land. Eine mächtige Gestalt namens Narathus, der Erzähler. Narrator. Seine Kräfte waren so unvorstellbar und mächtig, dass sie jeder Beschreibung spotteten. Narathus ist ja ein bescheuerter Name. Du legst es wirklich drauf an, oder? Na gut. Narathus hatte genug von Talia und ihrem Puppenspieler im Hintergrund, dem aschfahlen Bösen. Nein! Der Tag der Abrechnung war gekommen. Plötzlich tauchten Bären auf und stürzten sich auf Talia. Oh. Selbstverständlich war dies für den geneigten Zuhörer nicht unerwartet. machte es für diejenigen, die dem Verlauf der Geschichte gefolgt waren, doch durchaus Sinn. Bären. Genau. Das ist doch langweilig. Das hatten wir vor gefühlten 30 Missionen schon. Wenn du nicht dem Skript folgst, dann hapert es wohl an tollen Einfällen, was? Tolle Einfälle? Kommt sofort. Talia. Narathus wollte zunächst prüfen, ob Talia und das schändliche Böse überhaupt seiner Aufmerksamkeit würdig waren. Dazu mussten sie einige Prüfungen bestehen. Fortan würden im Dungeon, und ich zitiere hier Absatz 5, Seite 232, Objekte im Dungeon erscheinen. Würden diese nicht zeitig vernichtet, dann würde an dieser Stelle ein Monsterraum entstehen. Äh, das ist ja eklig. Zitierst du da aus dem Game Design Document von Dungeons 3? Das tut nichts zur Sache. Wenn ich du wäre, würde ich den Dungeon lieber auf Vordermann bringen für meine, äh, ich meine, für Narathus Prüfungen. Verdammt. Los, Kreaturen. Haltet Ausschau nach diesen Objekten. Sucht den Dungeon danach ab. Schaut in der Komplettlösung nach. Was ist das? Schreiberlinge. Ja, ist ja widerlich. Ach lol, hat da so ein Teil gespawnt, oder wie? Ja, sie ist gestorben. Ähm. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ähm. Dann machen wir einfach wieder zu. Bauen da wieder auf. Ich sehe gerade noch ein... Doch, jetzt irgendwo da was. Da unten, ja. Habe ich fast nicht bemerkt. Okay. Talia hat es mal wieder geschafft. Sie hat den Erzähler erzürnt. Nein, das solltet ihr nicht machen. Das war ein Fehler. Gibt es irgendwo noch eine... Nein. Ähm. War es das schon? Ich fände es okay, wenn es schon war. Habe kein Problem damit, wenn es jetzt schon zu Ende ist. Gewaltiger Angriff auf den Dungeon. Naja. Das wird ja herrlich. Das kann ja nur herrlich werden. Voller Vorfreude öffnete das glücksspielende Böse... Werkzeugkisten. Darin befanden sich Boxen, auch Kisten genannt. Genauer, Werkzeugkisten. Uh, in Lootboxen waren Boxen. Okay, ich muss jetzt ständig aufpassen, oder wie? In drei Minuten ungefähr kommt ein gewaltiger Angriff auf den Dungeon zu. Ah, das kann ja heiter werden. Hm. In welcher Form kommt dieser Dungeon-Angriff? Ah, so viel Gold. So viel Gold. Ist das nicht herrlich? Das wird mir zum Glück immer angezeigt. Der Narathus. Kann ich den vielleicht mit Ims abschießen? Moment, das probiere ich einfach mal. Ähm. Das könnte witzig sein. Wenn es klappt. Ich nehme einfach mal einen. Um zu testen. Wo ist einer? Da ist einer. Schade. Wäre witzig, wenn wir ihn besiegen könnten. Dadurch. Durch so einen simplen Trick. Hm. Da haben die Entwickler dran gedacht. Oder nicht drunter. Es ist Zahltag. So ganz ohne Helden erscheint mir das doch langweiliger als nötig. Was? Helden? Glücklicherweise hatte dieser verschlagene Narathus ein paar Instant-Helden-Behausungen in der Tasche, die er plopp, plopp, plopp aufbauen ließ. Jetzt geht das. Was soll denn der Unsinn mit Instant-Helden-Hausungen? Willst du mich jetzt komplett veralbern? Ja. Jetzt gehen da die Wege auf. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Da, da. Und dort unten wahrscheinlich auch. Shit. Da ist der Weg eigentlich. Ach, Mist. Dann, bevor der Gewalt... Vielleicht kommen die Helden als gewaltiger Angriff. Deswegen, bevor der ankommt, werden wir es verhindern. Wir versuchen's zumindest. Oh, dort oben sind Helden. Autsch! Ach, du Schandeln. Die sind gebufft noch dazu. Okay, wir erwarten lieber den gewaltigen Angriff da drin. Weil... Hm. Die sind gebufft, die Helden. Ich kann sie also nicht einfach überrennen. Dann erwarten wir erstmal den gewaltigen Angriff. Was auch immer da passiert. Ach, shit. Ein Heldenportal. Ja, wobei, gut. In dieser Lootbox hatten sich ein paar frustrierte Helden versteckt, die nun den Dungeon angriffen. Und der gewaltige Angriff. Ah, natürlich. Komm, mach das noch kaputt. Puh. War das schon alles? Ich schau auf der Map. War das der gewaltige Angriff? Ich find es gut. Ah, da kommt der nächste Angriff. Alles klar. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Skellede. Können wir gut gebrauchen. Halt. Mach dein Ruhe. Nee. Immer die Map beobachten, während wir hier Gefangene schlagen. Fehlt da der Klatsch-Sound. Da unten passiert was. Hier hin. Fertig machen. Kümmert euch. Wenn das der epische Angriff ist, dann geht es ja noch. Oh, ich sehe oben auf der Overworld-Map. Wir werden angegriffen. Was ist das? Da kämen auch... Helden kommen auch in den Dungeon rein. Die Schnöderlinge haben nichts zu tun. Naja. Auch kurios. Auch kurios. So ein Kanonier wäre nicht schlecht. Drei. Naja, zwei Plätze sind noch frei. Ich nehme jeden Helden. Helden sind nicht schlecht. Ähm. Noch ein gewaltiger Angriff. Okay, aber die Helden kommen jetzt gleich. Will ich sie... Ja, komm. Die werden mir fallen. Was ich machen kann auf jeden Fall, ist meine Truppen noch deutlich stärker. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Jawohl. Zu spät. Das ist mir ein Spinnen funktioniert, das anscheinend. Wahrscheinlich, weil hier solche Fallen noch sind, aber komisch, komisch, komisch. Ein gewaltiger Angriff kommt bald. Ähm. Counter-Angriff. Sie waren dort unten. Jetzt gehen wir mal weiter und machen den Rest da kaputt. Hoffentlich. Bevor der nächste gewaltiger Angriff kommt. Sind die immer noch gebufft dort oben? Tatsächlich. Das ist immer noch gebufft. Lol. Den einen kann ich nicht umhauen. Ach, du Schande. Diese Instant-Lager vom Erzähler haben was drauf. Autsch. Autsch. Zahltag. Talia und das lächerliche Böse hatten die erste der Prüfungen des Erdnisses. Okay. Also, ich meine, die Prüfungen von Narathus überstanden. Doch schon die nächste Prüfung war auf dem Weg. Plötzlich schien ein Vergessenszauber auf dem vergesslichen Bösen zu liegen. Und es hatte keine Ahnung mehr, wie Fallen hergestellt werden. Na gut. Du klausst diese Sachen doch aus dem Game-Design-Dokument. Aber die Türen sind zum Glück noch da wenigstens. Okay, wir haben zumindest ein Lager schon mal gekillt. Jetzt fehlen noch zwei dort oben. Die sind leichter zu erreichen, glaube ich, von meinem Teleport aus. Okay. Und dann kommt gleich wieder ein gewaltiger Angriff. Überlebt die Prüfung des Narathus. Was war die erste Prüfung jetzt? Frage mich tatsächlich. Das weiß ich leider nicht. Was war die erste Prüfung des Narathus? Ähm, naja. Was weiß drum. Wir warten jetzt einfach den nächsten gewaltigen Angriff. Währenddessen müssen die Untoten sich regenerieren. Dringend. Bitte. Mhm. Gewaltiger Angriff auf den Dungeon. Das ist aber lässig, dass jetzt meine Fallen weg sind. Die habe ich so schön aufgebaut. Ich war so stolz darauf. Dass gerade der Angriff von den Gegnern nahezu komplett aufgehalten wurde. So. Sofort darum kümmern. Sonst kommen Schreiberlinge wieder. Mhm. Können wir nicht gleich hier ablegen. Damit die sich hier holen. Der Rest wartet schon mal auf den nächsten. Ja. Da. Der Vampir hat es gleich gesehen. Durch die Wand durch. Und will sich drum kümmern. Aber gar nicht notwendig. Sehr gut. Und die Misty will sich gar nicht... Hat die Misty keinen Schlafplatz? Kann das sein? Die Misty hat keinen Schlafplatz. Nicht wahr? Ah Mist. Ah. Hier haben wir einen freien Raum. Hm. Darum zuerst kümmern. Sonst spawnen Schreiberlinge. Das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Schreiberlinge sind nicht erwünscht. So. Okay. Okay. Was kommt da als nächstes? Es wurde gerade automatisch gespeichert. Also kann ich nach außen gehen. Ah. Der nächste gewaltige Angriff in vier Minuten. Was gibt es? Okay. Mal schauen. Mal schauen. Dann versuchen wir das nächste Lager zu killen. Ah ja. Boah. Das sieht so heftig aus. Das sieht so übel aus. Ei, 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 ei. Keine Banshee. Die macht auch einen ewig langen Weg. Gleich weitermachen. Hier hinten wird bestimmt irgendwas passieren. Oder sein. Der Narathus zum Beispiel ist da hinten. Aber noch nicht. Oh, das ist ein simples Lager. Etwa gleich. Schon geil, wenn man viel Mana hat. Oh, der Lich ist gestorben. Oh, das ist schlecht, dass der Lich gestorben ist. Weil der hat die Gegner ja doch ziemlich stark verlangsamt immer. Na, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nur keine Müdigkeit. Ah, ich hab's befürchtet. Da werden die anderen langsam getriggert, wenn ihr die so rumschubst. Schnauz-Pausen werden ja auch überbewertet, nicht wahr? So, Narathus. Deine Helden-Spawner wurden eliminiert. Gut. Würde ich mal behaupten. Sehr gut. Tja, Narathus. Darauf reagiert er gar nicht. Wir gehen zurück und erwarten den nächsten gewaltigen Angriff. Übernicht. Prüfung. Ach, du erbärmliche Witzfigur hast keine Chance gegen mich. Ähm, das ist sicher etwas, was dieser Narathus sagen würde. Na gut. Wenn er einen eigenen Sprecher hätte. Wenn er einen hätte. Wie sollte er einen eigenen Sprecher haben? Du hast ihn dir gerade selber ausgedacht und er steht in keinem Skript. Das glaubst du, aber gerade eben hat er mit seinem Vergessenszauber verhindert, dass Fallen im Dungeon hergestellt werden können. Das klaust du aus dem Game Design Document aus dem Kapitel Spaßbefreite Ideen. Tja, na und? Dieses Spiel ist so sehr ohne Konzept erstellt worden, da kommt es auf sowas auch nicht mehr an. Also das denkt natürlich Narathus, dieses mächtige Wesen. Und gut aussehend ist er übrigens auch. Sehr gut aussehend. Und er hat die Telefonnummer von Shania Twain. Aber genug davon. Versuche lieber weiterhin zu überleben. Ja, okay. Ich habe mir durch ein bisschen Oberweltkämpfe, ist glaube ich, deutlich erleichter zum Offenfall. Dann schick mir mal deine nächsten Leute irgendwo, Truppen. Oh, das ging ein bisschen schnell. Kann das sein? Ah. Das ging ein bisschen schnell dort oben. Unangenehm schnell. Da konnte ich nicht rechtzeitig reagieren. So, einmal noch, oder? Da. Alle hier rein. Angriff. Verhindert die Schreiber... Die... Den Spawner der Schreiberling. Okay. Ich glaube, damit... ...haben wir wieder ein Päuschen verdient. Das ist jetzt gerade keine große Herausforderung, muss ich zugeben. Wenn es so jetzt ehe ich weitergeht auf Zeit. Gewaltiger Angriff in vier Minuten wieder. Im Abteil passiert nichts. Hm. Naja. Holla, die Waldfee. Ja, da müssen wir ein bisschen entleeren. Damit die hier das restliche... Ja, das ist ja bald fertig. Hier auch. Ein bisschen umjustieren. Aber die haben ja bald die Goldkammer voll gemacht. Crazy. Ähm. Ja. Hm. Truppen, die noch nicht stark genug sind, können natürlich leveln. Das ist gut. Schicken wir mal alle, die nicht stark genug sind, hierhin gleich mal. Äh. Ja, das ist jetzt abgebaut worden. Das war klar. Hm. Man könnte jetzt natürlich den kompletten Untergrund abgraben. In der Hoffnung, dass da... Was ist da jetzt passiert? Ist da jetzt gerade einer gestorben, oder so? Weil die hier nicht sammeln, oder so? Ah, wir haben schon fünf. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Hm. Session. Tolan Crackflayer. Diorra Mormont. Diorra Mormont? War das denn ein Charakter aus Game of Thrones? Gene. Jun. Gene. Death. Der ist einfach bloß tot. Gut. Dann, was... Das ist... Das ist... Ja gut, aber wir brauchen es zum Glück nicht mehr. Alle Zauber ist in Ordnung. Jetzt gehe ich mal davon aus, nach zwei weiteren gewaltigen Angriffen... Hier ist einer. Nach zwei weiteren gewaltigen Angriffen ist es soweit. Gut, das Spiel ist zu Ende. Aber was klaut er mir sonst noch? Was wird er mir als nächstes klauen, ist die Frage. Wir haben jetzt prinzipiell die Fallen geklaut, die Zauber geklaut. Wenn er mir die Truppen klaut, was mache ich dann? Vielleicht bloß eine bestimmte Truppe, die Horde zum Beispiel. Talia-Klauen? Ich weiß es nicht, wie es sozusagen eher noch brutaler werden soll. Warum Gold? Also holt euch Gold. Da ist massenweise Gold. Vielleicht lässt er... Irgendwas wird er noch verschwinden lassen mit der nächsten Welle. Und dann... Ja gut, dann haben wir die... Also die dritte haben wir jetzt prinzipiell geschafft. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Minuten dauern. Dann... Hm. Machen wir mal ein paar Lootboxen. Diese Lootbox offenbarte ein paar bösartige Monster, die den Dungeon unsicher machen. Genau, wieder ein gewaltiger Angriff in vier Minuten. Ich gehe mal davon aus, da passe ich nichts extra. Ich werde einfach wieder bis dahin warten und ihr werdet einfach sehen, wie es weitergeht. Hm. Hm. Entscheidungen, die nie das Licht der Welt erblicken sollten. Aber ich bin sicher, du wirst das schon meistern, Talia. Oh, kommen da schon die ersten Gegner? Was? Haltet sie auf. Zerstückelt sie. Nehmt ihnen ihre Heldenausweise weg. Ja, aber hier kommen ja keine Gegner. Das ist das Problem. Wir haben alle besiegt. Aber die geplankt, die alle vier, fünf Minuten neuer Dialog, das ist schon angenehm. Das ist schon nett. Aber, ja, es sind vier Minuten. Einfach warten, bis was passiert. Und dann die Portale wieder wegmachen. Und das war jetzt wieder keine Prüfung, die wir erfolgreich bestanden haben. Das war einfach bloß ein kleiner Nen... Ich, äh, aber... Ich warte halt immer und dann mache ich die Aufnahme wieder an. Deswegen erfahre... Deswegen erwischt ihr nicht... Halt? Moment. Wo? Ist das hier drin? Hier drin, oder? Glück gehabt. Uh, das war knapp. Ich dachte, das war vielleicht auf der anderen Seite. Ja, ähm, dann heißt es wieder warten. Vier Minuten. Und dann erwarte ich, dass wir die nächste Prüfung bestanden haben. Genau. Bis gleich. Der sterbenwollende Böse hatte einen weiteren Tag überstanden. Ach, Tage muss ich überstehen. Hatte es nicht bemerkt, dass sich der listige Narathus mit pantherhafter Verstohlenheit in den Dungeon geschlichen hatte und jegliche Hinweise aus Titanen ausradierte. Was? Meine guten Freunde, die Titanen einhalten? Unfair! Der hat die Titanen weggemacht. Ja, das hatte ich mir... Und das letzte sind dann wahrscheinlich... Ja, ich muss nur noch einen Tag überleben. Ach, das sind Tage... Oh, shit. Ach, Glück. Ich dachte, ich habe die schon verpasst. Oder verpennt. Okay, wir haben wieder die Wellen überlebt. Die Wellen wurden wieder überlebt. Ähm, ja. Jetzt... Ach, ein Tag ist das immer... Ah, das hängt mit dem Tagesrhythmus zusammen. Ah ja. Okay. Und immer wenn wir einen Tag überleben, ist eine Prüfung bestanden. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. War auch zugerissen. Talia klapperte mit den Zähnen. Nicht ganz. Er sagte, dass sie voran ohne diese Titanen-Einheiten auskommen musste. Erbärmlich. Von wegen. Wir kriegen das locker auch so hin. Bloß, weil du dich hier übler Tricks des schlechten Game-Designs bedienst, heißt das noch lange nicht, dass ich die Flinte ins Korn werfe. Los, Kreaturen. Macht alles platt, was dieser Narathus zu bieten hat. Haut sie zu Brei. Knüppelt sie nieder. Gebt ihnen ekelig schmeckenden Spinat zum Essen. Ha, ha, ha. Ja, ich öffne weiter eine Lootboxen. Und tatsächlich, wenn sie schnell genug da sind, dann zerstören sie so ein Portal, bevor die irgendwas machen können. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Aber sonst, ja, prinzipiell, es war jetzt eigentlich nur immer vier Minuten abwarten. Dann kam so ein kleines Geplänkel und dann vier Minuten abwarten. Dann war sozusagen eine Prüfung wieder gestanden. Also jetzt in drei Minuten geht's weiter, so in etwa. Nun gut, der letzte gewaltige Angriff steht bevor. Danach ist wahrscheinlich die Mission zu Ende. Ich muss zugeben, jetzt ist gegen Ende hier, das ewige Warten, dass es weitergeht. Das war schon lästig. Aber ansonsten, bisher, die erste Mission ist eigentlich ganz cool. Die ist wirklich sehr gut gemacht. Oh ja, ich hätte ja gar nichts machen müssen. Das hätte ich schon von sich aus gemacht. Aber ansonsten, ja, der Schluss ist ein bisschen ziehend. Nennen wir es sehr ziehend. Sonst ist es eine sehr coole Mission. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil theoretisch zwei weitere Missionen stehen noch vor uns, glaube ich. Wie geht das weiter mit dem Narathus? Der Zähler ist schon ein bisschen OP, oder? Der hat zu viel Macht. Der könnte uns voll fertig machen, wenn er wollen würde. Was war denn in dieser Lootbox versteckt? Ein paar Gurus? Hm. Ich hoffe, du empfindest das nicht als Niete. Na doch, eigentlich schon. Bei der Menge an Gurus, die ich habe, ist es eine Niete. So, letztes noch. Eins noch. Und dann ist auch Tag. Dann haben wir die Prüfung des Narathus geschafft. Ich bin ge... Ja, nimmt er mir jetzt die Kreaturen? Was will ich mir nehmen? Was soll ich danach machen? Ich bin sehr gespannt. Was nimmt er jetzt als nächstes? Packen wir mal die Kreaturen alle hier rein. Was nimmt er mir jetzt alle Kreaturen? Vergesse ich die? Es ist Zahltag. Hm. Narathus nickte anerkennend. Trotz seiner findigen Prüfungen hatte sich das so viel Glück wie Domino habende Böse aller Gemeinheiten erwehren können. Ha! Genau so ist es. Wir sind keine Helden, aber wir sind verdammt nochmal super! Aber können wir jetzt diesen Narathus blödsinn lassen? Ich meine, du hast jetzt deinen Spaß gehabt und ein paar angestaubte Gameplay-Konzepte hervorgeholt. Aber jetzt wäre es doch an der Zeit... Doch Narathus war natürlich noch lange nicht geschlagen. Ha, ha, ha! Als ob man Narathus schlagen könnte. Dieser gewiefte Abenteurer hatte noch sämtliche Asse im Ärmel und lief sich gerade erst wahr. In deiner aphatisch-passiven Rolle hast du mir deutlich besser gefallen. Tja, die Zeiten sind vorbei. Wenn diese DLCs kein Ende nehmen und meine Karriere auf der Stelle tritt, kann ich es genauso hier ordentlich krachen lassen. Gemeinhin nennt man das auch Midlife-Crisis. Wir sehen uns in der nächsten Mission, Talia. Mal sehen, ob du da auch noch solche frechen Sprüche ablässt. Oh ja, ich hoffe... Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich vergesse nicht in der nächsten Mission Fallenzauber und Titanen. Titanen und Fallen kann ich noch... Ja, aber Zauber ohne meinen Meteoriten-Zauber ist es sehr unangenehm. Der ist schon sehr OP. Aber das war eine sehr coole Mission. Wir hatten volle Truppen, wir konnten erstmal hier richtig uns ausbreiten. Alles war sehr stark. Hätten die ruhig schwach lassen können, damit man noch OP ist und dann der Zähler, der auf einmal zum Bösewicht mutiert. So muss es sein. Schöner Plotfest. Mal sehen, wie es da weitergeht. In dem Sinne, vielen Dank, bis zu sehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.